Musik Leute, willkommen zurück auf dem Kanal von MrWeinwood zu einem weiteren kleinen Tutorial für die neue Zombie-Map Attack of the Radioactive Thing Und zwar gibt es das vierte Lied, was man als Lobby-Hintergrundmusik freischalten kann Zeigen tue ich euch das Lied bzw. anhören lassen kann ich euch das Lied im Hintergrund wegen Urheberrechtsschutzgründen leider nicht Ich zeige euch aber die Stellen, wie ihr es freischalten könnt bzw. wo ihr die fünf verschiedenen Schallplatten sammeln könnt Einmal am Stromhäuschen, wo auch der Stromschalter dran ist Für alle, die nicht wissen, wie der Strom angeschalten wird verlinke ich das Video hier nochmal Die zweite Schallplatte ist hier hinten hinter dem Supermarkt an der Kasse Ziemlich gut versteckt in einem Regal Ruhig den Display vielleicht ein bisschen heller schalten Dann sieht man es auch besser Bei mir wenigstens so gewesen Die dritte CD oder Schallplatte bzw. wir sind ja in den 50ern befindet sich hier hinter Mule Munchies, also hinter Eseltritt unter dem Tisch, wo das Bier steht Das vierte Schallplättchen befindet sich ebenfalls in Richtung vom Trader Park hier in diesem Motel in einer der Mülltonnen Und zwar hier, das seht ihr nur, wenn ihr nach oben springt Aufsammeln könnt ihr das aber auch ohne zu springen Und die letzte Schallplatte meiner Meinung nach ist am besten versteckt Und zwar unten beim Spawn bei dieser Würstchenbude unter dieser Palette Wundert euch nicht, das Lied spielt sich nicht sofort ab Ihr kriegt nach ein paar Sekunden 500 Experience Points Und von dort an ist das Video oder bzw. das Lied dann im Menü freigeschaltet Ich hoffe, ich konnte euch helfen und ihr könnt es nachmachen Euer Mr. Weinwood Ciao